Da hat Herr Wobereit eben auch völlig zu Recht einen der wesentlichen Gründe genannt. Zunächst mal hat Herr Wobereit mit einer Bemerkung wieder völlig recht. Und noch einmal, das ist nicht Wobereit vorzuwerfen. Tue ich auch nicht. Also in diesem Punkt könnte ich Ihnen gar nicht mehr zustimmen, Herr Wobereit. Der Herr Wobereit hat es die letzten fünf Jahre ganz gut hingekriegt. Wie finden Sie das? Ja, also den Spot finde ich ehrlich gesagt lustig und handwerklich gut gemacht.